Also wie ich jetzt sage, nehmen wir euch den Bogen mit, bis die Fasenstimmung verbreitet. Vielleicht treffen wir euch unterwegs. Mal gucken. Genau, komm. Jetzt gucken wir mal aus. Vielleicht finden wir ja Winkfasen. Oh je, ich glaube, da haben wir Peppet dieses Jahr. Da ist kein München unterwegs. Da ist kein München unterwegs, so sind wir zwei. Du? Ja? Also ich weiß ja auch nicht. Aber wenn ich da so rumgucke, kein Mensch unterwegs, jeder Bogen auf der Schulter. Ich glaube, das Beste wäre gewesen, wir wären am Stammtisch sitzen bleiben, oder? Ich glaube, ich auch weiß. Weil ich glaube, das hätte meinen Weg gehabt, wie das waren wir da hinten dann. Ja, das stimmt. Fasen finden wir sowieso nicht. Ja, das ist auch mal. Ja, das ist auch mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hey du, gang auch mich! 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 Hey du, gang auch mich!